Ich bin echt gespannt, auf welche Auswirkungen jetzt Loki hier haben wird, weil am Ende von Loki 1 war es ja so, dass mehr oder weniger alles wieder auf Null gedreht wurde, er hat die Kang-Statue gesehen, sein Homie hat ihn nicht mehr erkannt, die Zeitstrahle sind alle komplett aus der Kontrolle geraten und da muss ich auch wirklich sagen, also Marvel hat das nicht gut gemacht mit diesem Multiverse, ich fand so alles rund um die Infinity Stone Saga, das war alles so nachvollziehbar und ich raffe auch alles, was mit dem Multiverse zu tun hat, aber es ist so verwoben, dass das nicht gut für den Otto Normalo ist und man sieht es auch in den Kinokassen, dass die Filme momentan einfach nicht so abreißen, die müssen das alles mal ein bisschen cleanen mehr oder weniger, weil es ist schon echt schwierig und ich weiß auch nicht, warum Marvel nicht mal auf die Idee kam, vor solchen Projekten, solchen Filmen oder so nochmal kurz darauf hinzuweisen, was in den anderen Projekten passiert ist, damit man da so ein bisschen den Input hat. Wie gut spielt er das eigentlich, ne? Was ist hier los? Oh, er macht den Anakin, was geht denn hier ab? Ah, der Typ, ey! Ja, aber ihr geht's nicht gut, was ist mit der Fahrt? Ah, okay, dahinten fliegt er. Er glitscht, ladies and gentlemen, wie in Spider-Verse. Oh shit, was aus dem Zeitstrahl geworden ist. Jetzt wuchern die Abzweigung immer weiter. Oh, kacke. Wir erzählen allen in der TVA die Wahrheit. Jet Skis. Ist das Sylvie? Oder Loki? Schreit eins von denen nach Ihnen, Mobius. Na ja. Ist es Loki oder Sylvie? Ist es eher ein sanftes? Er glitscht, genau wie Miles. Wenn sie das cool verbinden, aber die Verbindungen sind zu schwach, die sie da stricken. Überall ist Kang. Überall ist Kang. Oh shit. Oh man, ey, was machen sie, wenn der Schauspieler verurteilt wird, ne? Wir sind so im Arschmarble. Oh shit. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er ist Sylvie oder so. Und was geht denn hier? Die Zeithüter mögen eine Lüge sein, aber ihre Warnungen sind... What the fuck? Es liegt auf der Hand, was zu tun ist. Und sie trat mich durch ein Zeitauer. Ich würde ja fragen, wer gewonnen hat. Es war unentschieden. Naja. Ich habe versucht, den Kampf zu vermeiden. Ich wollte sie auch... Und wie es möglich ist... Nein, ist es... Boah. Boah. Boah, holy shit. Man, die Story ist so wichtig. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die diese Serie nicht gucken, ey? Ist so krass, dass sie sowas in eine Serie packen, ne? Boah, der nächste Avengers-Film könnte halt echt wild werden, ne? Besonders Secret Wars mit den ganzen Universen und Helden gegen Helden. Holy shit. Das wird so asozial. Wir werden halt tatsächlich Thor gegen Hugh Jackman und Wolverine und sowas sehen. Jetzt kommt Data! Es passt auch so! Oh, er ist wie Data in Goonies. Ich liebe ihn. Oskar preisgegründet. So ein guter Schauspieler. Und so positiv irgendwie. So eine positive Energie verstrahlt er. Skin hat er geschrieben. Ohne Scheiße, ich hätte mir lieber einen Film gewünscht. Als wieder 5 Wochen zu warten auf die Teile. Oh. Möbius wird all seine Haut ver- Okay, ihr habt etwa eine Stunde. Oh. Du musst einfach. Wieso denn? Weil du sonst vor verschlossenen Schutztüren stehst. Und dann wird dein Anzug weg, alternd. Du fängst an zu altern. Und du wirst immer weiter altern, bis sich deine Haut abschillt. Und du sterbst. Man, dieses Hautabschill. Ist das das Ball? Jawoll. Alles gut. Obi? Gleich werden hier Hufe geschwungen, wie sie noch nie geschwungen worden sind. Tatsächlich mit dem Tape aber ganz schlau, wenn es darum geht, dass Sachen altern. Dieses Tape ist das irgendwann mal vergammelt. Da ist die Welt vergammelt. Warum ist jetzt nochmal die andere Hälfte der TVA auf der Suche nach Sylvie, während hier alles implodiert? Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind es zu viele Zeitschrale, die gerade versuchen, sich da rein zu bündeln. Wodurch das Ganze überlastet ist. Wie Data gesagt hat, ist dafür nicht ausgelastet. Soll ich euch wieder was sagen, ne? Es ist die erste Folge, aber es sieht alles einfach unfassbar gut aus. Es war genauso bei der ersten Season. Ja, lauf nur ganz langsam bitte dahin. Bei sowas kriege ich immer absolute Paranoia. Renn doch! Ja, aber da das in der Zukunft ist, was hier gerade passiert, jetzt ist es bei ihm noch nicht zu spät. Aber er würde ja wahrscheinlich was sehen, wenn er es gemacht hätte. Du blöde Puh, alles wegen dir! Ja! Oh, die Mucke, ich habe so Gänsehaut. Oh, ich habe so Gänsehaut! Oh mein Gott, sie wollen die ganzen Zeitstrahle stutzen. Oh, McDonalds! Ja, so oldschool McDonalds mit den festen Sitzen auch. Wie läuft das hier? Was hätten Sie denn gern? Kein Eichhörnchen, keine Possumken. Es soll schon tot sein und kein Gesicht haben. Oh Mann, ich kenne McDonalds auch noch mit den festen Sitzen. Das war geil. Würde ich heute nicht mehr reinpassen, aber damals war es geil. Oh Mann, dieses gelbe Papier, wenn du den Burger aufgemacht hast. War eine coole erste Folge oder was sagt ihr? Ich würde jetzt mal spontan sagen, ist so eine 6,5 bis 7 von 10 Nerdbomben. Hat Spaß gemacht. War ein cooler Anfang. Ich habe Bock auf mehr, tatsächlich. Also war wirklich eine richtig, richtig coole Folge. Es ist einfach auch Owen Wilson und hier Loki, die haben einfach so, also Morbius und Loki, die haben so eine geile Chemie. Das ist einfach, das passt einfach. Du merkst es bei manchen Schauspielern. Wir haben ja drüber gesprochen, bei Ezra und Sabine hat das null gepasst. Du hast null Chemie gefühlt irgendwie. Und hier passt es wie die Faust aufs Auge. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin gespannt mit der Serie, wie sie die Serie auch zusammenbringen. Deswegen, wie gesagt, nach wie vor denke ich, sie haben sich krass verzockt mit dieser Storyline, die sie jetzt machen. Weil ganz, ganz viele schauen Loki nicht und ganz viele schauen überhaupt keine Marvel-Serien. Schauen nur die Filme. Es wird echt schwierig, dass sie da am Ball bleiben, der Mainstream. Weil, wie gesagt, es war tatsächlich so, es gab eine Phase, da hatte jeder MCU-Film knapp eine Milliarde eingespielt. Unfassbar. Eigentlich fast jeder MCU-Film, ne? Und das ist nicht mehr der Fall. Die haben tatsächlich, manche, ne, Guardians hat immer noch gut Kohle gemacht, aber vor fünf Jahren, sechs Jahren hätte Guardians 3 1,5 Milliarden eingespielt. Und jetzt haben sie irgendwie, glaube ich, nur 800 oder so. Was ja auch nicht wenig ist. Aber du merkst ganz einfach, dass das Box-Office extrem nach unten geht, weil die Leute nicht mehr so, ähm, ja, nicht mehr so drin sind in dem ganzen Thema. Sie müssen dieses, ähm, Multiverse-Ding ganz schnell ablatschen jetzt hier und müssen da eine andere Storyline bringen, ähm, die dann wahrscheinlich in Richtung X-Men gehen wird, damit die Leute da wieder an Bord sind. Das ist denen einfach too much. Das ist denen einfach, der Otto Normalo kann nicht mehr zuordnen. Was ist denn jetzt mit Wonder und da war Xavier, ist der jetzt doch Kanon? Ist der nicht Kanon? Da war Fantastic Four, hä? Was ist denn hier jetzt los? Hier wieder andere Zeitstrahlen, Deadpool und Wolverine wieder am Stall, hä? Was geht ab? Na, also es wird echt schwierig. Wenn sie die Filme gut machen, wird es den Zuschauern scheißegal sein, weil es sind gute Filme, aber, ähm, ja, es wird schon, wird schon tatsächlich ein Stück weit schwierig, das alles wieder ein Stück, äh, ein Stückchen hinzubieten. Ja, coole erste Folge.